Kontrollpunkt 1 Sehr schön So Damit hätten wir schonmal einen Punkt abgehakt Jetzt kommen noch die anderen 3 Vernichte ihn! Die Sau Stale flag WAAAGH Alright, I'm feeling it We can definitely do this There is no way Monado, lend us your power Alright, time for a trade of the Heimers array Stand back Woah, that was close Leave this to me Ooh, I'm feeling it Let's focus our effort Of course, guys, you're not Monado, lend us your power We can do this We can do this I'm feeling it We can do this No, that's not No, that's not That's not What's that I need this attack Everyone, let's go No, that's not No, that's not Too easy Not bad Not bad at all meno narrative Exterminator Cooler Name Ach, that's the other one auch kapiert okay diese namen Oh, ne, der auch noch. Krepier! Sau. Jetzt ruckelt es auch noch wie Sau. Macht ihn umgeworfen, das ist uncool. Steh auf. Das ist uncool jetzt. Das ist uncool. Sack. So, jetzt steh auf. Steh auf. Wir müssen hier halt auf den Haufen stehen, da krepft man das mal einer. Zack. Yes. Stief. Okay. Okay, einer ist schon mal tot. Was Klinge gemacht. Okay. Ich hab den doch jetzt gehalten. Wehr nicht. Todeschmutter. Okay. Okay. Zack. So hält sie ihn nicht. Mann, 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 wie diese Frau. Was kann die eigentlich? Oh. Du bist doch. Okay. Oh. Puh. Heil ihn doch mal. Wieso? Mann. Würde Sau. Hat ich ihn heilt. Komm. komm! Ja, schön, dass er dieselbe Heißschale, aber die anderen Hallen wäre auch mal cool. Dann bin alle auf einen, bin auf dem Loch. Glückwunsch, du hast es offiziell verkackt. Okay, juhu, doch nicht. Doch noch was hingekriegt. Ah, knallhart jetzt. Gut. Meine Frisse rief. Die Augen nochmal rein. Gut. Zack. Das ist ein ganz großer. Okay. 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 Das ist der Platz. Wir können ja nicht mehr, oder. Der Tod ist, oder? So. Hä? Main-In-Statue. Zuck. I don't want anyone dying out there. Make it a swift victory. Fire! Okay. Oh yeah. Der haut aber auch immer rein. Die beste Attacke, die es zurzeit gibt, die ich benutzen kann. Das letzte Mal. Go! Now! We can definitely do this! Come on! We can do it! Demon! We can do it! We can do it for the next point! Okay, let's get going! Dramatische Nachts. We can do it! War ich nicht im ersten überhaupt schon? Hier und schon. Oha! Oha! Da ist ja noch einer! Okay. Oha! 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 we can definitely do this! Suck. Oha! ja schlie Soll ich natürlich nicht... Ist das demig? Meditative Walau? Sind aber echt viele Viecher, ey. Fuck. Da wurde ich das gar nicht. Ein ganz großer. Du bist ja schon ein ganz großer. Hihi. Lustig. Okay. Sie heilt ja nicht. Wie gut ein Wunsch! Okay. Ich fühle mich. Nein. Schmeiß mich ruhig zu dem bei hinten. Ist nicht schlimm. Ist ja itzend. Hallo? Aufwachen. Ja super. Ja. Noch nicht am Schleifen. Ja. Geht doch. Level up. Okay. Nein! Wer wollte ich noch? Was? Ach, was ist das? Ich bin aufwachen. Ich bin aufwachen. Ich bin aufwachen. Du dumme Kuh, ey. Ich bin aufwachen. Das kannst du auch nicht. Ich bin aufwachen. Ich bin aufwachen. Ich bin aufwachen. Nein. Ich bin aufwachen. Ich bin aufwachen. Und du hast ja nicht mehr. Super! Schön gemacht! Lass das zu mir! Zuhause! Ich werde nie zuerst vergeben! Jupp! Das war der... So... Militärische Balance... Zornigen... Okay... Weißen... Weißen Grimory... Äh... Ja, das ist er... Steht noch einer hinter? Ne, das ist nur er alleine... Okay... Na los! Kloppen! Wow! Was ist denn hier los? Zack! Okay... Stimmt... So... Stimmt... Ha... Pff... 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 Wie er reinhaut, ey... Unfair... Könnte auch an den Stacheln liegen, ne? Ja... Ja... Ja, ich glaube auch... Ich glaube das liegt nur an den Stacheln... Er macht so viel Stacheln... Er macht so viel Stacheln... Deswegen wahrscheinlich... Ja... Okay... Jetzt geht's wieder los... Moment... Ja... Äh... Löschen... Oh, so... Ja... Okay... Mal schauen... Ich glaube das ja jetzt besser... Denn ich denke, dass... Ich Stachelschaden die ganze Zeit erlade... Und dadurch... Massig... An... Schaden... Bekomme... Sicher bin ich nicht... Ich weiß gar nicht, warum man das... Woran... Woran man das überhaupt erkennt... Dass man äh... Stacheln... Schaden bekommt... Oha... Nein, das wollte ich gar nicht... Oha... Er hat's doch getan... Nein, doch nicht... Verdammt... Arschloch... Los, rette mich... Dann bin... Ja... Ja... Genau... Auskommen kannst du, wenn du tot bist... So... Weitergekämpft... Ja... Ich... Steh auf... Steh doch auf... Mann... Junge... Da ist hier ja die Krise bei... Ja... Ja... Jetzt kriege ich nämlich keinen Schaden... Sonst... Immer noch Schaden dazu bekommen... Das ist natürlich... Okay... Wie ist fies die Kombo... Für Schaden die auch machen... Uncool... Okay... Der haut rein... Der haut rein... Und er ist tot... Ohja... Ich muss das... So... Ha... Bin ich gut... Telefierbrücke... Bin ich gut... Bin ich gut... Bin ich gut... So... Oh... Oh... Das war ja... Nicht gut... Nicht gut... Nicht gut... So... Oh ne... Habe ich jetzt nicht gesehen... Was das auch so anders ist... Wie uncool ist das denn jetzt noch so anders? Ah... Ah... Ja und hier... Ika so ein Vieh... Habe ich überhaupt was geschafft in der Folge? Ist ja uncool... Ich bin... Ich bin... Das... 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 Okay, die sind nicht so stark wie der andere. Okay, ja okay, da müssen wir mal hier oben. War ja doch nicht sofort Captain zu töten. Da oben ist wieder ein Schalter, ne? Wir müssen wohl mal dahin. Säule des Dios. Okay. Ja, ja genau. Combo runter.